Ich weiß nicht, ob Emil sauer auf mich ist, weil in seinem Adventskalender gestern das drin war, aber eigentlich darf ich heute zwei Türchen aufmachen, die drei und die vier, aber es gibt keine vier. Da lache ich noch, da habe ich mich noch gefreut, weil ich dachte so, ja man, heute darf ich zwei Adventskalendertürchen aufmachen, aber nein. Ich habe jede Zahl gefunden, die fünf, die sechs, die acht, die elf, die einundzwanzig, die dreiundzwanzig, aber keine vier. Dann dachte ich, okay, vielleicht bin ich einfach das Problem und ich habe meine Mama gerufen und ich habe gesagt, kannst du bitte einmal durchsuchen, weil wo ist diese vier? Im Zapp haben wir alle einzelnen Pakete rausgeholt, abgezählt, es gibt keine vier. Solange ich die Nummer drei suche, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, was heute in eurem Adventskalender drin war. Wenn meine Mama sehen würde, wie ich die Geschenke auspacke, sie wäre so sauer, weil meine Mama packt immer alles vorsichtig aus, damit das Geschenkpapier nicht kaputt geht und wir es nochmal benutzen können. In der Nummer drei war ein Augenbrauen-Lifting drin, also wenn man die Augenbrauen so bürstet, dann bleiben die so. Ich habe meine Augenbrauen richtig nah gefällt und mir ist aufgefallen, wow, ich habe einen dicken, fetten McDonalds, meine Augenbrauen, die berühren sich. Ich habe irgendwie Angst, solche Sets zu benutzen, weil was für meine Augenbrauen ausfallen?